Ich suche einen Starlehem, so hoch wie möglich natürlich, und ich gebe 7% Zeiss, was eigentlich sehr gut ist, was besser ist als bei den Banken. Und an der Sicherheit kann ich meine Filmkarriere hinterlegen. Ich habe eine Million Klicks auf YouTube. Auf Instagram habe ich 3500 Abonnenten. Also ich bin schon fast so berühmt wie Michelle Hunziker. Und das ist gut investiertes Geld, wenn ihr die Leute ein Starlehem geben müsst. Wie gesagt, es gibt 7% Zeiss. Und den besten könnt ihr mir erreichen. Über die Atelnummer ist Plus 41, 75, 412, 28, 46. Merci, schönen. Bis dann...